Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit GoProfit Plus, Ihrer persönlichen Profitierkarte, können Sie viel Geld sparen. GoProfit Plus ist eine echte Profitierkarte mit Vergünstigungen und Sonderangeboten, die exklusiv für Karteninhaben gültig sind. Sie profitieren sofort im Laden und müssen nicht lange auf die Auszahlung Ihres Guthaben warten. Guten Tag. Grüezi. Ich habe dann übrigens noch Karten. Wunderbar, dann profitieren Sie ja noch von dem. Die GoProfit Karten sollten Sie immer dabei haben, beim täglichen Einkaufen in Ihrem GoP Laden und dem Bau- und Hobbymarkt. Mit GoProfit Plus profitieren Sie aber auch von exklusiven Sonderangeboten bei unseren Partnerfirmen, wie Radio TV Steiner, Interdiscount, Top-Tipp-Möbel, Importparfümerien und Billi-Top-Discount. Sogar bei unserer Bank, den Versicherungen und bei GoP Extra Reisen kommen Sie mit der Profit Plus Karte immer wieder in den Genuss von einmaligen Vergünstigungen. Für ein Ferienarrangement oder eine Reise mit GoP Extra werden übrigens Rekaschecks volle Zahlung genommen. Und auch da kommt Ihnen Ihre GoProfit Karte zugut. In den grossen GoP Center können Sie damit nämlich Rekaschecks mit 4% Rabatt beziehen, was sich je nach Betrag ganz schön rendiert. Wir kommen jetzt aber zum GoProfit Superspiel. In der neuen GoP-Zeitung konnten Sie schon lesen, ob Ihnen die Nummer auf der GoProfit Karte Glück gebracht hat und Sie bei der Ziehung Waren-Gutschein im Gesamtwert von 20'000 Franken gewonnen haben. Offeriert worden sind die Preise von folgenden Marken. Dolmio Pronto Gusto, die neue Soße für die Pasta. Gnocchi Treteur mit Eier aus Bodenhaltung. Emi Energy Milk, die natürliche Energiequelle. Goldstar Classico Premium Eiscreme. Und Toni Joghurt Aloe Vera Orange mit Vitamin C und E für Ihre Schönheit. Herzliche Gratulation allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Die Einkaufsgutschein werden Ihnen in den nächsten Tagen zugestellt. Jetzt aber zum Höhepunkt, zum GoProfit Supertreffer. Hier ist er, der VE Polo Variant 75 Comfort im Wert von 22'040 Franken. Der Polo Variant bietet Ihnen alle Vorzüge, die bereits den Polo beliebt gemacht haben. In Bezug auf Qualität, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung erfüllt er alle Erwartungen. Und hat nur ein weiteres Plus. Besonders viel Platz zum Einkaufen, in Berufe, für die Freizeit oder in den Ferien. Dieser tolle Wagen steht heute also auf dem Spiel. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblickten Gewinner auserkoren. Und wir wollen jetzt schauen, wer das mal das Glück hat. Die Wundzahl lautet 4, 0, 5, 0, 1, 8, 4, 5, 5, 0. Bravo! Herzliche Gratulation! Sie haben den GoProfit Supertreffer, den VE Polo Variant 75 Comfort, gewonnen. Eine schriftliche Bestätigung stellen wir Ihnen noch dazu. Nicht alle können gewinnen, aber ein sicherer Wert ist immer das Rezept mit Armin Amrein. Vitello Donato kann man gut vorbereiten und ist darum auch praktisch, wenn man Gäste erwartet. Grüezi miteinander! Wasser und Weisswein mit einer gespickten Zwiebel und einer Rübe zu einem Saud aufkochen. Und das Kalbfleisch je nach dicke 50 bis 60 Minuten drin ziehen. Ein Mayonnaise, wie gewohnt, zubereiten. Dann eine Dose Ton auch naturell gut abtropfen und grob zerteilen. Zusammen mit 2 bis 3 Sartellerfilet und einem guten Dezis von Saud im Kötter fein pürieren. Mit der Mayonnaise gut fürieren. Wenn nötig abschmecken und die dünkschnittenen Fleischstraschen mit der Soße bedecken. Im Kühlschrank zugedeckten Nachtlang Ruhe lassen. Vor dem Servieren Essigurkenwürfel und Capra über das Gericht verteilen und zusammen mit dem Sinnenbrot servieren. Wie immer ist es ein bisschen schnell gegangen. Sie können das Rezept für das Vitello Donato aber in aller Ruhe in der Coop-Zeitung nachlesen. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen und einen schönen Pfingsten. Rund ums Sparren, Profitieren und Gewinnen ist es bis jetzt gegangen. Zu den Gewinnern gehören sie auch morgen wieder in unseren Läden. Hier ein paar Beispiele. Ein Kilo Dol-Banane kostet 2,40. Und der Emmentaler Mild verpackt ist pro Kilo 5,50 günstiger. Mit der Co-Profit-Karte gibt es Dolmio Pronto Gusto zum halben Preis. Und ein Akku-Netzrasierer Philly Shave Micro Action ist 100 Franken günstiger. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das wäre es für heute. In einer Woche melden wir uns mit einem weiteren Beitrag zum Thema Frischmärz. Es geht dort um einen der beliebtesten Schweizer Käse, dem Greyerzer. Bis dann, auf Wiedersehen und einen schönen Abend.